Herzlich willkommen zu unserem Auftanker. Neulich habe ich dieses kleine Morgengebet entdeckt. Lieber Gott, bis jetzt geht es mir heute gut. Ich habe noch nichts Böses über jemanden gesagt und auch noch nicht meine Beherrschung verloren. Ich war noch zu keinem gehässig oder fies. Ich habe noch nicht gejammert, geflucht oder zu viel Fett und Schokolade gegessen. Und Geld habe ich auch noch nicht sinnlos ausgegeben. Aber in ungefähr einer Minute werde ich aus meinem Bett aufstehen und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Ja, solange man morgens noch im kuscheligen Bett liegt, ist der Alltag weit, weit weg. Doch spätestens nach dem Aufstehen geht es ja wieder rund. Ich denke schon, dass die Art und Weise, wie man in den neuen Tag startet, Auswirkungen darauf hat, wie der Tag so wird. Den Tagesanfang kann man ja sehr unterschiedlich gestalten. Die einen schwören darauf, ein gesundes, reichhaltiges Frühstück zu sich zu nehmen. Das ist der einzig wahre Start in den Tag. Jeden Bissen genießen und sich ordentlich Zeit dafür zu nehmen. Die anderen wiederum fallen auf den allerletzten Drücker aus dem Bett und haben gar keine Zeit für den Luxus eines Frühstücks. Auch vom Naturell her sind wir alle völlig verschieden. Der eine ist am Morgen sofort, hallo wach, hier bin ich. Die andere ist ein Morgenmuffel, wie sie im Buch steht und kriegt erst nach der ersten Tasse Kaffee die Zähne einen Millimeter auseinander. Ja, es gibt schon verschiedene Möglichkeiten, in den Tag zu starten. Lass mich am Morgen hören, deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Das sagt der Beter von Psalm 143. Egal ob Frühaufsteher oder Morgenmuffel, wie wäre es, wenn wir uns etwas angewöhnen, nämlich jeden Tag mit Gott zu beginnen. Mit einem Gebet, mit einem Blick in die Losungen. Ja, die gibt es sogar als App oder mit einem Bibelfers. Vor das tägliche Brot gehört das tägliche Wort. So hat es mal Dietrich Bonhoeffer gesagt. Lass mich am Morgen hören, deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Gottes Gnade lässt uns unbeschwerter durch den Tag gehen. Gottes Gnade macht das Herz frei. Und wir dürfen eins wissen, wohin wir an diesem neuen Tag auch gehen. Gott geht mit. Ich wünsche uns allen viele guten Tage unter Gottes Gnade. Bleiben Sie behütet. Tschüss.